Musik So wartet Familie, ich hab's gleich. So, jetzt nur noch die Kamera anstellen und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist wieder der 2. November und wer weiß was dann ist, schreibt dann was ist jetzt in die Kommentare. Heute hat wieder jemand Geburtstag und zwar unser YouTube-Kanal und er wird 3 Jahre alt. Genau, unser YouTube-Kanal existiert jetzt schon seit 3 Jahren. In diesem Jahr haben wir jetzt etwas ganz Großes erreicht, nicht wahr Finn? 1.000 Abos! Genau, wie Finn schon sagte, haben wir in diesem Jahr einen riesen Meilenstein erreicht, die 1.000 Abos. Wir haben aber natürlich auch ganz viele andere Sachen erlebt und vor allem haben wir viele Videos mit anderen Kanälen gedreht. Und zwar haben wir Silvester mit der Familie Glücklich gefeiert. Dann waren wir im Skiurlaub mit den Steiners, die nun auch unser Partnerkanal sind. Wir waren mit der Familie Spielwelt im Schwimmbad, haben Ostern bei den Steiners verbracht und sind nun auch noch auf Kreuzfahrt mit der Familie Steiner. Das ist natürlich mega cool. Wir danken allen, die mir noch ein Video gedreht haben, denn es hat einen riesen Spaß gemacht. Und ein ganz großes Dankeschön natürlich auch an alle, die unseren Kanal abonniert haben, unsere Videos schauen und sie auch liken. Vielen, vielen Dank! Es ist echt toll, dass ihr schon so lange auf YouTube seid. Ja, das finde ich auch. Und jetzt lasst uns feiern! Ja, das finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Ich hoffe, ihr seid alle wieder im nächsten Jahr mit dabei. Ich hoffe, ihr seid alle wieder im nächsten Jahr mit dabei. Also, tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.